Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnefrei Haus. Hier dreht sich alles um Photovoltaikanlagen und wenn du Eigenheimbesitzer bist, gerade am Anfang der Planung stehst, dann bist du hier genau richtig, denn ich biete dir hier Planungshilfen, Berechnungen und auch Erfahrungsberichte rund um Photovoltaikanlagen. Ich berichte also über meine eigene Photovoltaikanlage und meine Erfahrungen mit meinem System und ich zeige dir in Form von Interviews auch andere Anlagen und die Erfahrungen dann von anderen Anlagenbetreibern. Falls du selbst eine individuelle Beratung wünschst, um ganz zielgerichtet schnell in die Umsetzung zu kommen und Fehler, teure Fehler auf diesem Weg zur eigenen Photovoltaikanlage zu vermeiden und dann auch top vorbereitet in ein Gespräch mit einem Fachpartner zu gehen, um dann wirklich schnell in die Umsetzung zu kommen und da also langfristig auch zufrieden mit deinem Investment zu sein. Denn das ist mein Ziel, dass du wirklich eine Photovoltaikanlage bekommst, die zu deinen Bedürfnissen passt und mit der du langfristig zufrieden bist. Dann melde dich auf jeden Fall gerne, geh in Kontakt mit mir unter www.sonnefreihaus.de Und falls du dir noch ein bisschen Wissen aneignen möchtest, ich habe ein Buch geschrieben, Versorg dich selbst in 6 Schritten zur eigenen Photovoltaikanlage, das findest du auch auf meiner Webseite. Also jetzt erstmal viel Spaß hier auf meinem Kanal, schau dich gern um. Bei Fragen, Rückmeldungen schreib hier auch gerne in die Kommentare. Bis bald!